Alles professionell hier heute bei uns. Du gehst jetzt Hauptmenü unter Einstellungen. Wie in jedem anderen Spiel auch. Ja, der ist ganz professionell heute bei uns hier. Unsere Kompetenz kennt keine Grenzen. Bei mir ist die Aufnahme verloren von mehreren Stunden. Bei dir, du scheiterst im Hauptmenü. Ja, das ist... Okay. Die Grenze ist heute sehr stark. Okay, wir haben die Option. Ja, okay, du drückst auf... Okay, und jetzt gehst du auf Options. Gameplay...deutsch. Ja. Zeitnimmens nein. Okay, das kann man... Die Zeitnimmens habe ich auch schon ausgeschaltet. Äh, ja, okay. Kannst du unter Garderobe noch deinen Skin ändern, aber musst du nicht. Komm unter Rube. Ah. Und ich bin der linke oder der rechte. Du bist... Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt. Gesicht. Das kann ich kaufen. Okay. Ja, du musst es jetzt 20 haben. Ja, du hast 20. Einfach warum? Nein. Nicht. Das ist ja als Ginzi so lustig. Hm. Das ist jetzt nicht gut. Aber hat absolut kein Sound. Das ist halt... Da muss man gleich nochmal gucken, was da los ist. Wie, der spielt jetzt kein Sound. Man spielt absolut keinen Sound momentan. Weder Geräusche noch Ton, Töne noch irgendwas. Also... Geh mal in deinen Lautstärke-Mixer. Audio... ...Gesamt... ...Effekte... Musik... Wie gesagt, geh mal in deinen Audio-Mixer, beziehungsweise in deinen Lautstärke-Mixer. Also jetzt müsste es hier Musik haben. Jetzt hat es... Auf voller Lautstärke hat es Musik. Okay, dann hast du ein sehr seltsames Ding. Also ich habe den Code dir schon geschickt. Also von wegen ist es laut. Also es ist halt bei mir auf voller Lautstärke leiser. Ja, cool. Dann hast du irgendwelche ganz weirden Einstellungen bei dir. Bei mir ist es halt super laut gewesen. Es hat einfach alles weggekommen. Ich weiß nicht, wie das für die Zuschauer ist, aber für mich ist es jetzt gerade auf meinen Kopfhörern. So, spielen. Wollen wir mal. Oh nein. Oh. Ich glaube, ich muss das Headset wechseln. Fast zum Anker. Oh Gott. Was ist bei dir los? Ja, anscheinend ist mein Headset kaputt. Okay, ich habe jetzt hier irgendwas schon gestartet. Der Profi wieder an der Arbeit. Und. So, wie mache ich das denn jetzt? Online-Game. Wollen wir doch, glaube ich, spielen. Der Profi ist wieder am Lärm. Ja, das ist ja mal richtig scheiße gewesen gerade. Das ist mir vorhin schon passiert. Danach hatte ich den Blue Screen. Hast du einen Raumnamen für mich? Ich muss jetzt den Raumnamen angeben. Ich habe dir den Code schon geschickt. Ja, toll. Das ist jetzt. Das ist der Raumname. Sekunde. Da muss ich mir mal nachgucken. Auf meinem Handy. Vielleicht zieht das Ding auch mal ein bisschen vor. Vielleicht hat es aber ein Problemchen. Ja, bei mir scheint irgendwas... Ach, das war der Raumname. Ach so, so gut. Ich dachte schon, du hast ja einen Anfall. Ist jetzt gleich, um es zu sehen, aber okay. Ja, habe ich ja gesagt. Ah ja, du bist drin. Ich bin drin. Das sollte man vielleicht mal verdecken. Sollte man mal. Habe ich ja gesagt. Okay, also ich wäre soweit. Ich bin bereit. Äh, ja. Dann wähle ich einfach mal hier das aus. Let's bei dir jetzt? Ja. Der Telegrafen-Tisch. Ja. Ohi, ohi, ohi. Alter. Auf freund warten. Ich glaube, ich muss nochmal die ganzen Anschlüsse am Rechner überprüfen. Oh, die stirbt gerade. Mit der Hund. Ja, irgendwie scheint da was nicht ganz so zu laufen, wie es sollte. Ich befürchte, dass ich das Ding auch nochmal auf komplett resetten müsste potenziell. So, lass uns spielen. So, Anleitung, ja. Ja, Tutorial, bitte. Ja. Ja, okay. Auf die Nachricht tippen. Voll anpassbar und relativ zuverlässig. Relativ. Auf freund warten. Okay, was tun wir jetzt? Ach, brauche müssen wir hier schreiben. Oh mein Gott. Ich habe hier ein B. Okay, müssen wir jetzt tippen oder was? Äh, ja, ich glaube. Enter oder was? Wie machen wir das jetzt hier? Müsste wir mit dem Brust scheinbar nicht vergessen. Müsste die angezeigt werden. Also, dir müsste die Taste eigentlich angezeigt werden. Aber mit B wahrscheinlich, oder? Bei mir ist. Ne, ne, dir wird die Taste angezeigt normalerweise. Lass mich mal rüber. In meinem Fall nicht. Also, ach, hier umschalten. Die Umschalttaste wird mal gezeigt. Achso, da kann ich runterdrücken. Ah ja, okay. Es ist unten. Pfeil nach unten. Okay, ja. B, R. R, wir brauchen R. Wo ist R? Da oben ist ein R. Meine Zeit ist gerade drauf. Äh, Moment, ich gehe rüber. R. War eine A. Da bist du. War U. Ich suche schon das C. Das ist hier. H. Und E ist hier oben. Hey, stopp, stopp, stopp. Zack. Versenden. M. Lass mich raten. Futter. E ist ein M. Du hast Doppel M. Können wir es nötigen? Ne, ein E brauchen wir. Das ist ein E. Oh Gott. Das ist ein E. Das ist ein E. Das habe ich hier ein H. H. Und das ist ein R. R. Und das Senden. Bailers. Groß. B. Du hast gerade. Das ist das B. Das ist das B. War? Erlöschen. Ah, nein. Äh, cool. Okay, so. Jetzt ist da. Quellen nochmal neu auswählen vielleicht? Ja, ich bin noch. Jetzt ist es wieder. Jetzt bin ich das wieder. Aber, ja, jetzt bin ich wieder. Jetzt funktioniert es wieder. Was war denn? Äh, ja, bei mir hat es wieder irgendeine Verbindung zu irgendeinem Teil hat es gerade verloren. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Beziehungsweise zu allen. Das ist ja fantastisch. Es kann sein, dass es an Unity liegt oder an der Engine einfach. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, fuck. Jetzt habe ich aber keinen Ton hier. Jetzt bin ich ohne Ton. Ach, ja. Was? Das ist doch... Ja, fortsetzen, oder? Moment. Ich habe ein großes B. Also, bei mir läuft es wieder. Läuft es bei dir? Red. Ah, ha, 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 ha. Ich habe das Problem gefunden Windows. Was ist los? Windows, ihr kriegt mich diesmal nicht. Es hat das Eingrät irgendwie geändert. Okay, du besteuerst aber gerade noch massiv. Bull, nicht so. Sorry. Boah, das ist ja furchtbar. Ja, willkommen bei Windows So, wollen wir? Ist es bei dir wieder? Ja, es hat die irgendwie das Ja, komm, wir haben tatsächlich Wir haben tatsächlich gerade Zuschauer Ich habe gerade Zuschauer, also komm Lass uns machen, lass uns machen Hier Und zwei E ist von dir E, E R ist bei R Okay, dort Äh, noch ein E Da bist du gerade runtergefallen Bist schon zum zweiten Mal gestorben Ja Und ich habe hier ein N Ich muss, Moment, ich muss trotzdem eine Pause machen Ich muss mein Headset wechseln Das bringt hier nur Probleme Ich glaube, mein Sennheiser Headset ist am Arsch Okay Ich muss das alte Dicke wiederholen Du bist doch unnormal laut Ja, ich weiß, Moment Ich mache hier schon mal ein bisschen weiter Nicht Das ist das C Technisch läuft heute alles Brillant Na, darum muss das Tee Hopps, hopps, hopps Rappel, rappel, rums Gelbe Bieren nicht essen Ah, okay Und da warte ich mal auf Moly Das ist ein Moly Ich habe zwar immer noch gar keinen Sound auf dem Spiel, aber hey Ich schon Ja, du schon Mach mal E Mach mal S E Und ich habe jetzt hier ne Ja Oh, ist das angenehm, wenn es nicht andauernd mehr abstürzt und alles Äh, ne, nein, baue ich jetzt dazu zu Hier Nice So, wir müssen jetzt hier wieder gleichzeitig klicken, Modi Also, komm her Modi Ja, ja, Moment Du hast noch nie gemacht Ja, ich habe versucht den Sound irgendwie Und ich habe auch herausgefunden, warum das bei mir abgebrochen ist Ich habe jetzt hier auf Ich habe mit meinen fetten Fingern auf das Lumpelstück gedrückt Deswegen ist das Auf dem Lumpelst sind natürlich meine anderen Szenen Da hat das dann umgeschaltet in eine andere Szene Und dann hat er was anderes abgespielt Ja, also So, drück, 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 drück Wir drücken Mit dem Pops drauf Gleichzeitig Irgendwann werden wir schon gleichzeitig sein 2, 3 Hop, 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 pop, hop, 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 hop Und eins und eins und eins Wir sollten vielleicht mal versuchen gleichzeitig Ich bleibe mal stehen Okay Und jetzt auf 3 3, 2, 1 Los 1, 1, 1 1, 1, 1 1 ich hab halt auch einen gewissen delay bei der tastatur ja das ist scheiße ich muss mal kurz gucken kann man sich irgendwie länger hinsetzen in der steuerung moment bestimmt versucht man einfach geht nicht das ist auf zufall gehofft er ist das heißt sollte man mal ändern das ist fürchterlich ja okay habe ich habe ein h ein kleines a b hast du was nicht fortsetzen ja weil ich hier gerade mal die lautstärke machen muss ich kann hier nicht drücken ja dann drückt auch nichts mein gott gut dass wir ja technisch läuft das heute super es müsste eigentlich alles jetzt laufen es kommt alles mit den aufnahmen mit rein das spiel hat gerade keinen sound bei mir gibt kein sound in diesem spiel sound ist ein gerücht das ist die umflächen irgendwo also das machen wir ja oder so und er müssten daumen ja verstoß erst wann müssen wir hier sein oder ja darum R ist die Mitte. Ich bin auf dir. Cool! Löschen. SCH ist bei dir, oder? SCH L ist glaube ich hier, ja. Ist ein L. Aufmaß, dass ich nicht mit meinem Finger auf Stump Cap jetzt komme. Du bist nur 100%. Bin ich schon 2-3 mal. Dann K ist hier. K ist hier. K ist da oben. Lass mich. Eigentlich fehlt der Punkt, aber gut. Jetzt. Langsam stimmen wir uns auf den Delay ein. Täubchen. Ich habe hier ein Haar. Das ist das L. Das ist das L. Ist da oben. Ein B. Ein C. Ein H. Ein E. Und ein N. Senden. Senden. Äh, ja. Ich geh mal sterben. Na lüle. Aber was für ein putziges Game. Ja, wenn ich nur Sound hätte. Senden. Auch ohne Sound ist es putzig. Sind. Äh, senden. Äh. 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 Ich hole das Ehe. Nein. Löschen bitte. Weave. Passt auch. Und ein R. Ich kaufe ein R. Senden. In. Das war mir klar. Ja. Und hops. Und dann N. Und hops. Langsam geht's. Wetter. Abgeschlossen in einer Stunde. Ja. In zwölf Minuten. Zwischendrin. Mein Headset verrecktes. Du hast fünf Marken verdient. Naja. Okay. Cool. Nächste Aufgabe oder was? Das Spiel geht. Ich glaube wir haben zwei Level zur Verfügung. Also. Ja. Dann schauen wir mal das zweite an. Die Versandetage oder? Wir haben auch noch mehr. Die Versandetage haben wir jetzt. Ja, wir hätten auch noch Mittagspause. Machen wir erstmal Versandetage. Danach können wir Mittagspause machen. Dann können wir Mittagspause machen. So. Auf Freund warten. Wir starten die Anleitung. Paket. Und Umsteiger. Okay. Ein gehendes Paket. Okay. Was müssen wir damit tun jetzt? Das sehen wir jetzt gleich. Oh. Painted Cliff. Dieses wuchtige Schätzchen hat mir Glück bei Dutzend Turnieren gemacht. Ich nenne es die Cleopatra. Nun ist sie dein. Denk dran mit den Beinen heben. Mit dem Beuherzen beruhlen. Okay. Der Mann verschickt den Bowling-Tugel. Was? Postleitzeit. Was? 6, 2, 4, 3. Äh. Nein. 2. 6, 2, 4, 3. Aufheben. Und was mache ich? Aus der Zeit platzieren. Aufkleber. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt. Nein. Wir müssen Aufkleber dran. Ich habe hier. Oh ja. Kliber bewegen. Okay. Okay. Also ich kann hoch runter. Ich kann... Ich kann... Äh. Was kann ich überhaupt? Links rechts müsstest du. Ah okay. Ich kann unten. Ich kann nach unten. Äh. Was? Nein. Ich... Hä? Wer macht dann... Kannst du dich links rechts? Nö. Ich kann nur nach unten. Ah doch jetzt. Hier. Nach unten. Und ich kann nach unten. Das können wir beide. Wir müssen noch ein Stückchen hinter. Moment. Ups. Ähm. Also. So. Und jetzt runter. Ja. Ne. So. Jetzt oder? Jetzt. Jawoll. Jawoll. Und jetzt nach vorne musst du. So. Jetzt runter. Sehr schön. Schreiben. Schieben. 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 Okay. Nach da vielleicht. Versenden. Ja. Okay. Da kann ich das nicht. Prüf den Aufkleber und Anschrift nochmal. Dann müssen wir nach unten. gesendet. Ja. Okay. Ach. Okay. Ja. Posterzeit. Ja. Nordsyst. Da steht es ja. Ja. Neue Deckel. Äh. Ich hole Neue Deckel. Äh. Gumtree Grove. Das heißt Norden. Das ist das hier. 3 5 6 2. Äh. Neue Deckel. Mach mal Neue Deckel. Neue Deckel produziert. Äh. 3 5 6 2. Äh. 3 5 6 2. 3 5 6 2. 3 5 6 2. 3 5. Und ich gut hier schmal. 2. 2. Und das Kleber drauf. Ja. Verderblich ist es nicht. Und es ist auch nicht schwer. Dann müssen wir nach unten. Die Kugel wäre schwer gewesen. Die Kugel wäre schwer gewesen. Aber gut. Einmal Kran bitte. Du musst runter. Äh. Okay. Ich steuere es mit W und S. Wenn du am Kran bist. Ach so. Ja. Und runter. Sehr schön. Das muss nach Norden. Und ups. Du bist noch nicht ganz im Norden. Du musst noch ein bisschen. Jetzt. Äh. Äh. Scheinbar nicht. Okay. Doch. Irgendwie schon. Mach nochmal ein bisschen weiter nach Norden. Nö. Mach nach Süden. Schlimm. Du musst noch irgendwas kleben. Das muss irgendwas geklebt werden oder so. Oder ist es. Ist es heavy. Es kann sein, dass. Moment. Nein. Heavy ist es nicht. Verderblich ist es auch nicht. Kann sein, dass das für zerbrechlich steht. Das kann sein. Ne. Aber da steht verderblich drauf. Das ist kein deutsches Team, was das macht. Dann schick mal nach dem Norden. Versuchen wir es mal jetzt mit. Mit heavy. Vorsicht. Handtarm. Steht dort. Okay. Ich glaube ich war gerade wieder. Versuchen wir mal. Ich glaube ich war gerade wieder weg. Ja. Sehr gut. Heute ist dein technischer Tag. Heute klappt bei dir alles. Du musst mal hier drauf. Mordi. Gehst du mal auf den linken Pfeil. Moment. Ja. Mal versuchen. Ne. Ja. Da müsste irgendwie einen scheiß Sticker da oben wieder runterkriegen. Den du da drauf gemacht hast. Weil es ist nichts schweres. Problem ist Sticker am Arsch. So. Aber jetzt versuchen wir es nochmal. Ja. Ich mach doch. Hä? Siehst du hier noch irgendwo einen anderen Sticker? Ah hier. Guck mal da oben. Oh hier. Dringend. Ne nicht dringend. Hier zerbrechlich. Sticker gar nicht. Warte ich ziehe den Sticker ab. Verderblich. Verbrechlich. Äh ok. Norden ist da. Und jetzt. Was ist denn damit? Ich glaube der Schalter ist kaputt. Versuchen wir nach Süden. Ne. Cool. Wollen wir neu starten? Ja. Ja. Ja will ich mal sagen. Wir starten. Starten wir neu. Ja. Ja oder nö. Ja. Ne auch gut. Jo. Fortsetzen. Fortsetzen. Auf Rennwagen. Äh ja. Fortsetzen. Hallo. Anleitung brauchen wir diesmal nicht. No. Auf gehts. Drei Pakete müssen wir abliefern. Okay. Das ist jetzt der wieder. Gumtree Golf. Ja. Es ist derselbe. Fragil. Damit. Fragil mit. Oh. Habe ich gar nicht mitgenommen. Ah. Der Deckel ist auch noch nicht fertig. Dann können wir trotzdem schon mal drauf klicken. Zack. So. Kommen wir hier schon mal. Deckel. So. Ja. Unter. Und setzen. Jetzt müsste es ja gehen oder? Ja. Norden. Blinkt noch nicht. Du musst noch ein bisschen weit nach Norden. Ich bin. Ja jetzt. Gesandt jetzt. Sehr schön. Eingehendes Paket. Okay. Dr. Starbuck. Sehr schön. Gulli. Gulli. Gefallen. Dies Exemplar haben wir in einem Gulli gefunden. Wer will denn das? Ich hoffe nur, dass wir wissen, dass wir nicht so was auch nicht will. Ist nicht verderblich, oder? Ich glaube. Äh. Hast du die Adresse, wo das hin muss? Lake Bessie. Lake Bessie. Lake Bessie ist im Norden. Ist die 2241. Ich zeige hier schon meine Trader, die ich hier vorbereitet habe. Okay, da sieht man. Wollen wir neu starten, oder? Ne. Ähm. Ja, Winter ist jetzt das ein oder andere nicht gesehen. Nicht zu sehen. Also. Ich darf mein Zürich nicht auf den Numpets ablegen. Könntest du bitte auf den Knopf gehen. Sekunde, ich war gerade abgelenkt. Meine Fettfinger haben jetzt wieder die Falsch, dass du durchgeblickt. Eine Ananas. Eine goldene. Nach. Habe ich jetzt auch nicht gelesen. Saulty Flats. Saulty Flats. Hast du jetzt gerade das Zeug weggeklickt? Könntest. Wir müssen doch erst mal gucken, was da steht. Saulty Flats. Ananas ist verderblich. Ja, okay. Saulty Flats ist hier. 5, 5, 5, 5, 1, 1, 3. Das ist verderblich. Da muss. Verderblich. Ecke. Oh, schade. Ich kann keinen Zweiten mehr draufkleben. Hops. Hier. Und hier. Sehr schön. Der muss nach Süden. Ja. Okay. Cool. Level geschafft. Wir haben nur 4 Minuten dafür gebraucht. Ja. Nun. Erstaunlich. Kann ich mal. Ich versuche es mal. Ne. Das wird nichts bringen. Oder? Ich hätte einfach mal ein Taschentuch auf die Kampels legen. Das ist halt irgendwie mal nicht. Nein. Ich muss halt irgendwie blockieren. Irgendwie einen Schreibtisch oder einen Leihstift daneben legen, dass da irgendwie entgegenkomme. Brauchen wir eine Anleitung für hier? Ja, brauchen wir. Die gewünschte Frucht bringen. Okay. Beginnt die Pumpe mit dem Hintern und dreht die Hand auf. Schnell ihr die Pumpe stoppt. Ja. Okay. Kippt ein Kasuaren zurecht, um ihn zu beruhigen. Ah süß. Bei den Kiwis müssen wir nur meinen Kampf zu beenden. Ah ja. Okay. Versuchen wir mal, oder? Ja. Und was geht's? Der hätte gern Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Der hätte eine Kraute. Äh, hier. Das ist, ähm. Wenn ich mal dem hier. Wasser, 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 Wasser. Wasser, Müll, der hinten. Und der hat der dämmerste Piepen. Wie piepen wir? Wie tut man das mit mit der Taste? Rechts. Süß. Oh mein Gott. Habt euch mal beide. Sind wir denn Apfelstücke? Ja. Oh. Und dann grüß für den Lurk. Äh, ja. Die beiden kämpfen gerade. Es ist er willkommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab Apfel. Äh. Piep. 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 Äh. Dingens hier. Rüber. Hier. Hier. Der braucht Wasser. Der braucht nur rüber. Hups. Der braucht nur rüber. Der wird auch nur rüber. Das hat jetzt was für den Overcooked irgendwie. Ja. So ein bisschen. Der braucht Wasser. Wie mach ich Wasser? Passt du schon. Oh. Okay. Muss man nur noch aufdrehen oder was? Ja. Piep. Piep. Hier. Da drüben auch. Sehr schön. Beruhigt euch. Ein Apfelstück. Komm hier. Du machst Wasser. Zeit ist um. Okay. Hm. Die 70 haben wir geschafft. 140 gegen. Die haben wir nicht ganz. Das hat wirklich Overcooked Style. Ja. Okay. Cool. Und das war jetzt das ganze Spiel. Sind wir fertig oder gibt es noch welche? Mehr gibt es nicht. Wirklich? Oh. Okay. Das ist uns Team. Ja. Vielen Dank fürs Spielen. Ja. Macht doch Spaß. Macht doch Bock. Kann man sich mal kaufen. Kann man irgendwann mal. Ist das schon raus? Nö. Haben wir schon. Hab ich vorher mal abgeguckt. Wenn das raus ist. Können wir das hier mal kaufen. Mal. Können wir mal gemeinsam spielen. Das macht doch. Ja. Ich muss hier aber glaube ich nochmal an den Rechner. Und gucken. Dass ich das Zeug. Alles einigermaßen anders hingesteckt kriege. Wenn ich dann mal die Trailer nicht aufs Numpad gepackt habe. Dann. Ja. Kann das ganz gut sein. Ja. So. So. Eventuell nicht das Problem an dem hier. Wir gucken mal. Though. Dann.